Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei unter 40.000 US-Dollar. Wir waren gestern sogar knapp bei 39.400 US-Dollar. Also gestern, der Tag war wirklich volatil, es sind 1-2 Positionen, je nachdem welche ihr möglicherweise mitgenommen habt, auf jeden Fall ausgelöst worden. Meine ist wieder zu, waren wir dann gestern alles ein bisschen zu heikel. Wie das jetzt weitergeht, das werden wir uns auf jeden Fall jetzt heute im heutigen Update-Video mal anschauen. Wir werden auf den Daily Close blicken, wir werden jetzt mal auf die kurzfristigen Strukturen blicken und ob wir möglicherweise dann im Laufe des Tages nochmal mit einem größeren Abverkauf rechnen müssen. Natürlich auch nochmal ein kurzer Blick auf die Stockmärkte und auf Gold und natürlich auf den DAX, aber nur ein ganz, ganz kurzer Blick. Bevor wir hier durchstarten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniere den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne auf jeden Fall auch in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinstellen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung und lasst doch unten schon mal gerne einen Kommentar da, damit auch der Algo auf YouTube ein bisschen gepusht wird. So, jetzt aber rein in die Analyse. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem 1-Stunden-Timeframe und da sehen wir, okay, wir hatten ja gestern darüber gesprochen, dass wir hier bei ungefähr 40.300 US-Dollar sich mit diesem WIG gerne nochmal holen würde. Das hat dann auch funktioniert. Wir sind dann nach unten, wir haben den WIG nochmal geholt, sind hochgegangen auf 41.200 US-Dollar, knapp 41.300 US-Dollar. Das war dann auch das Top-Dollar, habe ich dann auch Profite genommen, habe die Position auf Break-Even gestellt und wurde dann ausgestoppt. So, jetzt hatten wir ja gestern darüber gesprochen, okay, es gibt das zweite Szenario, wo ich dann gestern ein Video angesprochen habe mit Entry einerseits hier natürlich an diesem Tief, zweiter Entry hier plus dann Stop-Loss bei 39.300 US-Dollar. Also wer das mitgenommen hat, müsste jetzt auch minimal im Profit sein. Das Problem ist, und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz auf den Daily-Timeframe an, das Problem ist ein bescheidener Daily-Close. Und zwar hatten wir ein Daily-Close genau unter diesem Tief, das war hier eigentlich das wichtigste oder der wichtigste Punkt, wenn wir hier mal die Linie einziehen von den Tiefs mit dem WIGs, haben wir mit einem Daily-Close drunter geschlossen und möglicherweise sogar schon den ersten Retest hier gesehen. Also wirklich bullisch ist das nicht. Das Einzige, was uns jetzt momentan noch einigermaßen bullisch stimmen könnte, ist, dass hier diese vier Stunden die Mahnzone zumindest mal gehalten hat und die Ineffizienz gefüllt wurde. Das war es dann aber auch, weil Daily, müssen wir jetzt ehrlicherweise sagen, sind wir jetzt erst einmal bearish. Natürlich kann das Ganze jetzt hier im Laufe des Tages nochmal zu einer kleinen Umverteilung führen. Das heißt, dass wir eine Erholung kriegen bis vielleicht 41.200 US-Dollar, aber der Weg nach unten ist erst einmal geebnet. Hat natürlich auch damit zu tun, FTX hat den ganzen Scheiß, hat anscheinend einen Haufen Kundengelder auch bei Grayscale gehabt, also bei dem Grayscale Bitcoin Trust, hat dadurch mindestens eine Milliarde schon mal verkauft. Und wir sehen ja täglich den Verkaufsdruck, der durch den GBTC momentan verursacht wird. Natürlich, weil da extrem hohe Gebühren sind von 1,5 Prozent. Natürlich, da würde ich auch erst den Scheiß verkaufen und dann bei BlackRock oder Fidelity oder wie sie alle heißen, die ganzen ETF-Anbieter einkaufen. Also das werden nochmal harte Wochen, solange dieser Verkaufsdruck nicht wirklich abnimmt. Und danach sieht es momentan nicht aus. Deswegen, kurzfristig gehe ich hier immer noch davon aus, oder auch mittelfristig eher gesagt, dass wir hier noch einen größeren Abverkauf auf jeden Fall sehen werden. Wenn wir uns das mal als Fit-Level ziehen, von unserem Hoch zu unserem Tief, würde das auch sehr, sehr gut passen. Hier, was wir auf Daily schon gehabt haben, dass es zumindest nochmal eine Erholung gibt. Hier auf 40.900 bis 41.200 US-Dollar. Das heißt, wieder ein tieferes Hochbilden und damit auch die Abwärtsstruktur nochmal ein bisschen verstärken und dann aber den nächsten Abverkauf auf jeden Fall zumindest mal bis 38.460 US-Dollar sehen. Also für alle, die jetzt da in der Long-Position drinnen sind, entweder ihr macht es jetzt auf Break-Even zu oder ihr wartet hier wirklich, dass ihr hier ungefähr auf, ich sage jetzt mal, zumindest mal 40.600 oder 40.900 US-Dollar kommt, bevor dann möglicherweise der nächste Abverkauf reinkommt. Ansonsten, was gibt es noch für wichtige Level? Wir haben, ich habe ja die Pivots vor zwei, drei Wochen mal wieder ein bisschen eingeführt, habe mal so ein bisschen geguckt, was sich da so für, ja, Szenarien ergeben, beziehungsweise was sich da möglicherweise auch für Überschneidungen ergeben. Da ist mir vor allem zwei Level aufgefallen. Und zwar, Monthly Pivot passt perfekt hier unten mit unserer blauen Zone, wo wir schon länger drüber gesprochen haben, diese 38.400 US-Dollar. Das heißt, das wäre für mich auf jeden Fall das nächste Ziel, auch um möglicherweise eine erste kleine Swing-Position aufzubauen. Aber das ist alles noch in den Sternen, also nagelt mich da nicht fest. Kann auch ein bisschen dauern. Aber wir haben hier unten zumindest mal, zumindest für einen kurzfristigen Bounce die Möglichkeit, dass wir hier in diesem Pivot vom Monthly erst einmal größeren Support finden. Vielleicht wieder eine kleinere Aufwärtsbewegung starten, bevor wir dann den nächsten Abverkauf nach unten hin sehen. So, jetzt haben wir den Monthly Pivot. Also merken, 38.400 US-Dollar oder 38.300 US-Dollar, das ist die Zone, die wir schon öfters angesprochen haben die letzten Wochen. So, dann gibt es aber auch noch den Yearly Pivot. Und der liegt momentan so bei 34.500 US-Dollar und würde je nachdem, wie lange sich jetzt diese ganze Abwärtsbewegung jetzt erst einmal zieht, auch mit unserem Up-Trend hier übereinpassen. Also das ist natürlich alles noch Zukunftsmelodie. Das wäre dann so am 7. März. Aber wie gesagt, ich rechne damit, dass sich diese Korrektur sowieso mit diesen Abverkäufen sowieso über ein paar Wochen noch zieht. Also möglicherweise sogar bis zum Halving. Weiß ich nicht, kann dauern, aber auf jeden Fall wird sich das meiner Meinung nach so lange noch ein bisschen ziehen. Und wie gesagt, da haben wir auch sehr, sehr gute Überschneidungen hier bei 34.500 US-Dollar, dass wir hier vielleicht dann früher oder später doch irgendwo da unten dann mal landen. Ansonsten, Worst Case habe ich gestern schon in die Telegram-Gruppe hier reingeschrieben. Der Worst Case ist für mich immer noch zwischen 30.000 oder sagen wir mal zwischen 28.000 und 32.000 US-Dollar. Das ist aber alles Zukunftsmelodie, nagelt mich da echt nicht drauf fest. Es kann kommen, muss aber nicht kommen. Alles diese Zonen hier, die wir hier genannt haben, jetzt die 38.500, 34.500. Dann hier nochmal zwischen, ich sage jetzt mal, alles zwischen 32.000 und 28.000. Das sind für mich Spotkaufzonen. Das sind nochmal größere Akkumulationszonen, wo man da einfach nochmal für sein HODL-Portfolio auffüllen können. Natürlich auch die Altcoins. Zurück jetzt nochmal ganz kurz in die kurzfristige Fassung. Also, wie gesagt, sollten wir hier oben abgelehnt werden. Für alle, die die Position hier laufen haben oder laufen lassen möchten, könnten dann meiner Meinung nach hier oben auf jeden Fall meine Swing-Short-Position auf jeden Fall nochmal versuchen aufzubauen. Heißt, halbe Positionsgröße von dem Long, der hier dann noch offen ist, und dann Short einstellen. Ich bin momentan noch nicht drin. Eventuell werde ich das im Laufe des Vormittags dann nochmal ändern. Je nachdem, ob wir hier vielleicht möglicherweise nochmal runterkommen, doppelten Boden bilden. Und dann werde ich aber auch hier nochmal Bescheid sagen. Ethereum, schauen wir auch mal ganz kurz an, hat unser Ziel fast, fast getroffen. Da konnte ich ein bisschen kotzen gestern. Also, hat mich ehrlich gesagt echt ein bisschen genervt, dass wir hier nicht ganz runtergekommen sind. Ich habe ja gesagt, okay, Golden Pockets sollte wahrscheinlich nicht halten, wenn wir hier bei Bitcoin Richtung 40 oder sogar 39.400 US-Dollar gehen. War auch so der Fall. Kurzer Support hier gefunden, hat aber natürlich nicht ausgereicht. Also, hier hoffe ich, dass wir im Laufe des Tages oder im Laufe des Vormittags zumindest nochmal einen kleineren Abverkauf sehen. Das heißt, das ist der übergeordnete Trend. Ich möchte kurzfristig auch hier nochmal ein tieferes Tief mit einer Bullish Divergence sehen. Und dann können wir hier möglicherweise auch erstmal eine kurzfristige Erholung sehen. Das ist jetzt erstmal so der Plan für Bitcoin. Und Ethereum hat sich seit gestern wenig verändert, bis auf dass Bitcoin zumindest eine Position ausgelöst wurde. Und Ethereum sollte oder hoffe ich dann im Laufe des Tages. Ansonsten, kurzer Überblick. Gold Trade, nichts passiert, tut sich nichts. DAX Trade könnte heute in den Stop-Loss laufen, nachdem wir hier zwei Take-Profits genommen haben. Nasdaq und S&P 500 tut sich nada. Also auch hier erstmal nichts. Warten wir erstmal ab, was sich da heute tut. Ich habe ja sowieso gesagt, ab Dienstag, Mittwoch können wir hier überlegen, in irgendwelche Short-Trades reinzugehen. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und gerne einen Kommentar auch mit euren altkommischen Weiteren unten reinschreiben. Ich sammle die weiterhin. Und da wird dann morgen oder vielleicht heute vielleicht sogar nochmal ein neues Video kommen. So, damit wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Wir hören uns dann heute Abend wieder. Heute Abend kommt noch die Podcast-Folge auf YouTube online. Und da war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.